Hi Pyros und herzlich willkommen zu diesem neuen Testvideo bei Pyro Extreme Germany. Heute stelle ich euch die neuen Böller von Bröcker vor namens El Toro. Die Böller sind im sogenannten Trojeno-Design und ungefähr so groß wie ein handelsübliches Feuerzeug. Ja gut, ein bisschen kleiner vielleicht. Die NEM pro Stück liegt bei 1,3 Gramm, also beträgt die NEM für 8 Stück, die eben in der Packung enthalten sind, ungefähr 10,4 Gramm. Und ob diese Böller überzeugen können für einen Preis, der sich ungefähr bei 2 Euro angesiedelt hat, davon macht ihr euch jetzt im folgenden Testvideo mal selbst ein Bild. Meine Bewertung findet ihr selbstverständlich wie immer am Ende des Videos und dann wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß bei der Zündung. Die gefallen mir richtig gut. Ja, extrem gut. Das ist aus, oder? Nein. 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 Vielen Dank.